Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und wir befinden uns immer noch auf dem Weg, das perfekte Ende herzuzaubern. Und in dieser Folge müssen wir dafür den neunschwänzigen Fuchs, den Quby, den schwarzen Fuchs, fangen, um Tama wieder zum Leben zu erwecken. Zumindest werden wir es versuchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Wächterin der Zeit, also das namenlose Mädchen, genug Plan von so einem Kram hat, um uns dort unter die Arme zu greifen. Und sie hat ja schon bereits gesagt, sie wird uns helfen. Somit glaube ich ihr das mal. Ja, hier unten dürften tatsächlich stärkere Gegner sein. Ja, tatsächlich. Ihr merkt es selbst, die hauen Damage raus. Das heißt, wir haben hier unten mal wieder Gegner, die uns wirklich schaden können. Die wir aber trotzdem mal eben weghauen. Die Erfahrung tut uns gut, denn 100.800 Erfahrungen. So viel Erfahrung hatten wir noch nie bei einem Gegner. Das tut natürlich super gut. Gerade unsere neuen Miragen, die wir dabei haben, die wir bisher noch nicht wirklich trainieren konnten. Ich würde mir sogar fast wünschen, dass wir hier jetzt noch ein, zweimal auf Gegner treffen, weil das echt eine gute Sache ist. Ja, sauber. Vielleicht sogar auf welche, die noch mehr Erfahrung bringen. Ne, glaube ich nicht. Die nicht. Werden zwar auch nicht so ultra schlecht sein, aber halt auch nicht so ansatzweise so gut wie die eben. Ich werde gleich nochmal eine Heilung zwischendurch raushauen. Einfach nur, weil uns das sehr gut tun wird. So, zack. Und dann haben wir das erledigt. Das gibt dann auch nochmal leckere Erfahrung. 68.000. Da sagt man nicht nein. Barmuth ist auch schon auf seine Stufe 27. Kommt gut vorwärts auf jeden Fall. Ah, da ist er schon. Da ist er schon. Die Frage ist, gehe ich da jetzt direkt hin? Na, wobei wir können hier wahrscheinlich immer wieder rein, um zu trainieren. Und vielleicht kriegen wir ja demnächst noch bessere Gegner. So, ich weiß gar nicht, was wir tun müssen, um ihn zu fangen. Das wird jetzt interessant. Wir werden direkt mal eine Analyse raufschmeißen. So, diese Mirage kann nicht gefangen werden. Das heißt, sie wird wahrscheinlich einfach durch den Sieg gefangen. Denke ich mal. So, mal schön rauf da. Die Frage ist, soll ich schon eine Heilung reinschmeißen? Ja, jetzt schmeiß ich eine Heilung rein, weil das Ding ist, jetzt sind beide angeschwächt. Da tut eine Heilung gut. So, machen wir das. Ab bis 2000 haut es raus. Ist nicht übel, aber halt auch nicht so krass, dass es uns irgendwas anhaben könnte. Scheint ja immer die Schwäche zu treffen. Entweder ist es eine Eisattacke oder es ist einfach eine heftige Attacke, die bei jedem sehr effektiv ist. So, der Fuchs scheint langsam zu verlieren. Zack, zapp, 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 da haben wir ihn besiegt. War viel einfacher als ich dachte. Viel einfacher. So, wie viel Erfahrung? 75.000 kriegen wir hier nochmal. Die unten unsere Miragen, Mirages steigen nochmal ein bisschen. Dein Leben ist meine! Was? Was jetzt? Wow, mein Herz, das Angst, die es hat sich gegeben hat an etwas viel Schmerz. Das ist Herr Taka, was er fühlt sich. Mein Herr Taka hat niemals jemanden, nicht sogar eine Flüge. Und er hat niemals versucht, um eine Revenge für meine Mutter. Insofern, wie viel du jemanden möchtest, wenn du dich rauskriegst, es bleibt dir einfach empty. Er hat immer gesagt gesagt. Entschuldigung. Das ist so, wie es fühlt sich, als Mensch zu sein. Schau mal! Wenn es so wie Tama ist, müssen wir sagen, dass dieses Ding hat 9 Leben. Wie viele hat es noch übrig? Kein Wunder, dass die Ding nicht sterben. Kein Wunder, wie viele Male ich ihn verletzte. Soll es. Was passiert da? Was passiert da? Oh, hast du das gesehen? Lahn. Lahn. Es sind so, wie viele Dinge, müssen die Black Foxen verletzt werden. Mann! Schön! Das ist so, wie es ist. Das ist so, wie dieses Körper, und mit ihm meine Seele, muss ich aufzureißen. Es geht um zwei Leben. Das ist alles, was du mit ihm verlassen hast. Du musst, dass du eine grüßende Kampf gehabt hast. Und trotzdem habe ich nichts für meine große Herausforderung. Nichts überhaupt nichts. Und jetzt scheint, mein Zeitpunkt zu verlassen, dieses Welt ist gekommen. Wenn ich dir ein favoritze. Sehe, dieser Mann ist mit seiner liebten Frau. Okay, ich will. Unckel. Er hat bis zum Tod gekämpft. Ja. Ja. Hahaha. Also, als so eine kleine Mini-Katze kann ich mir nicht vorstellen, dass die da schnell vorankommt. Die Sehnen eines neuen Schwanzes erhalten. So, wir machen hier nochmal einen kleinen Abstecher zum Speicherpunkt. Ist klar. Der weiß, was da gleich auf uns zukommt. So. Und dann gehen wir gleich zum namenlosen Mädchen. Um dort mal zu gucken, was sie jetzt mit dieser neunschwänzigen Seele anfangen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So viel sei sicher. Oder ist sicher. Ja. Wo ist die Kübik? Wo warst du nur die Sehnen? Huh? Oh, nein. Wir haben die Arbeit gekämpft? Hmm. Es ist ein bisschen unorthodox. Aber das könnte funktionieren. Was bedeutet das? Als du zwei hast, wir nutzen einen, um eine neue Reihe. Und geben Tama den anderen. So dass sie eine Leben zu verdienen, wenn die Zeit kommt. Cool. Was bedeutet das, wir machen es. Okay. Ich mache mein Bestes, um die Veränderungen zu einem Minimum. Du musst nicht bleiben hier und schauen. Um, bist du sicher? Es ist viel zu erklären. Nicht zu sagen, die langen Ritual. Und seitdem der Zeit wird verändern, wirst du nicht erinnerst. Mhm. Und jetzt? Könnte Tama wieder leben? Oh, da ist sie. Ich bin wirklich glücklich, zu sehen, das ist alles. Das ist witzig. Oh, das ist okay. Mhm. Tama liebt wieder. Geil. Das ist der Hammer! Das klingt so, als hätte sie es doch gewusst, irgendwie. Ja, und das wirkt auch so, als hätte sie es gewusst. Also hat sie irgendwie... Also es wirkt so, als hätte Seraphine nur so getan, als wüsste sie nicht davon, dass Tama sich aufgeopfert hat. Einfach nur, um vielleicht die Stimmung in der Gruppe nicht so runterzuziehen oder so. Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es ja danach aus. Du hast einen kleinen Abstecher Extra-Leben zum Abschluss gebracht. Nimm deine Belohnung im Abenteuer-Logbuch entgegen. Belohnung im Abenteuer-Logbuch? Schon mal eine Belohnung im Abenteuer-Logbuch bekommen? Warte, Zeit für was? Entschuldigung. Ich fühlte mich das richtige, was zu sagen. Die, die du arbeitest, deine Kieper-Kiester ist weg. Ich habe gedacht, es war Zeit für eine finalen Kampf. Mein Schade. Du bist richtig. Alles klar. Lass uns den Wunnen finden und die Summoner umsetzen. Ich denke, dass wir bereit sind. Also, das ist es. Oh, Mann! Ich bin so begeistert! Drumroll, bitte. Bereit, um die Operation zu beginnen? Alter! Ähm... Also, nein. Wir gehen jetzt noch nicht direkt in den Endcamp. Komm, siehst du mich. Wenn du partierst, Poopos! Veränder deinen Geist. Alleine, weil ich vorher 100% abspeichern wollen würde. Und deswegen werden wir das erstmal mit Nein beantworten. Und jetzt können wir Tama aber dafür wieder in unser Team nehmen. Und ich bin ja mal gespannt, ist Tama jetzt wieder so stark, wie es immer war? Das ist auch interessant zu wissen. Äh, wie es früher mal war. Also, von der Power her sind die ja noch gar nicht mit dem roten Drachen zu vergleichen. Obwohl der rote Drache ist halt... Ah, der drache ist halt noch 30 Level vor denen, ne? Das ist halt schwierig zu vergleichen. Ähm... Ja! Ich würde sagen... Wir können jetzt mal schauen, wie es mit Tama aussieht. Tama, Level 57. Jo. Nehmen wir wieder rein. Wobei... Sylphe... Warte mal. Ich will mal gucken, haben wir bei Sylphe eine Metamorphose? Nein. Dann kann ich Sylphe rausnehmen wiederum dagegen. Und wen könnte ich dafür dann noch reinnehmen? Ich könnte noch eine andere... XL Mirage reinnehmen. Rami Yu hätte ich auch noch zum... Das könnte ich natürlich reinnehmen. Wäre durchaus machbar. Aber ich glaube, wir nehmen einfach nochmal... unseren Odin mit. So. So machen wir das. Und jetzt müssen wir uns neue Stapel bauen. Das können wir eben noch in dieser Folge machen. So, der Stapel ist ja komplett auseinandergefallen hier. Da werden wir jetzt mal... Ähm, ich muss noch eine Sache ausprobieren. Und zwar... Mirabort... Tama... Können wir den jetzt nicht freischalten? Den Fuchs? Warte mal. Nö. Nö, können wir nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir können den freischalten. Noch eine andere Sache austesten. Und zwar... Seraphie. Können wir da was freischalten? Können wir da die Netamorphose freischalten? Auch nicht. Was soll das? Ich dachte, die könnte ich jetzt freischalten. Helden-Embleme. Da haben wir auch eigentlich nichts Neues. Abenteuer-Logbuch. Sollten wir da nicht noch irgendeine... ...irgende... ...Belohnung kriegen? Extra-Leben. Erinnerung Neun-Schwanz. Mega-Phoenix. Eiskalte-Gerechtigkeit. Eisfaser. Ja, Mann! Da haben wir jetzt die Belohnung bekommen. Und ich glaube, jetzt könnten wir theoretisch... Ähm, aber das werden wir dann in der nächsten Folge schauen. Auf jeden Fall könnten wir jetzt... Glaube ich... Theoretisch... Glaube und theoretisch... Alles. Das ist so doppelt verneint. Oder doppelt eventuell. Naja, egal. Auf jeden Fall können wir vielleicht in der nächsten Folge... ...unser... ...Tama weiterentwickeln. Wir schauen mal. Und Seraphie eventuell auch. Wir schauen mal. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Es hat euch gefallen. Wenn ihr es euch... Wenn es euch genauso... Alter, was ist jetzt hier am Ende mit mir los? Wenn es euch genauso gefällt wie mir, dann... ...lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch genauso gefällt wie mir, dass Tama wieder am Leben ist. Yay! Einmal Hashtag Yay in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und... Gebt den ganzen Daumen. Bis dann. Bleibt stabil. Haut da rein. Ciao.